Hallo Larry, der Junge der lebt, was? Endlich sehen wir uns wieder. Lord, Asus Rockstricks, GTX 1070, 8 GB Gaming. Lass uns duellieren. Du weißt doch bestimmt noch wie das geht Larry, oder? Als erstes kommt die Verbeugung. Ach komm schon Larry, wir müssen doch die Etikette wachen. Ich sagte, verbeugen! Nimm das! Meine schöne Fresse! Gut siehst du aus Larry. Gut. Und jetzt stirb! Wenn hier einer sterben wird, dann bist du das, die Schlange. Hey, was soll das? Mann, das war wirklich unter der Gürtellinie. Das ist die Jugend von heute mal wieder. Keinen Respekt! Havada Kidabra! Zurück, Lenkos! So? Und das? Das ja auch! Das hast du gut gemacht, Larry. Danke, Hermann. Fünf Punkte Abzug. Für Gryffindor. Professor Dumbledore? Wo kommen sie her? Was wollen sie von mir? Liebe, Harry. Liebe. Aber Larry, jetzt hast du doch keine Grafikkarte mehr, oder? Na? Noooo.